Jetzt Senior- und Tanzschritte 3. Zunächst der Pendelschritt. Seit pendeln, rück, Schritt. Seit pendeln, seit pendeln, seit pendeln, seit pendeln. Das geht natürlich auch vor und zurück. Vor pendeln, rück, pendeln. Vor pendeln, rück, pendeln. Vor pendeln, rück, pendeln. Oder zur anderen Seite. Seit pendeln, seit pendeln, seit pendeln, seit pendeln, seit pendeln. Kommen wir nun zum Brush. Der Brush, mit dem wird über den Boden so ein bisschen geschlüpft. Man hört es richtig. Vor, vor, richtig über den Boden schlüpfen. Oder mit dem anderen Fuß. Etwas anders dagegen ist der Kick. Beim Kick bewegen wir das Kniegelenk und holen so ein bisschen richtig Schwung aus. Ich zeige es euch mal. Vor, Kick. Wir holen richtig aus mit dem Fuß und machen ein Kick. So ein bisschen wie auf dem Fußballplatz, wenn wir ein kleines Türchen schießen. Vor, Kick. Vor, Kick. So, das war's für heute. Die nächsten Schritte folgen selbstverständlich.